hey und willkommen zu minecraft hardcore 3 und let's go hey ich bin's der minecraft steve heute werde ich minecraft durchziehen hoffentlich ich hoffe mein kollekt auch definitiv nicht falls ihr euch wundert wie soll ich ein steve skin bin dem mann wenn ich einem da handhab sieht man es eh kaum ja also dass die skin sieht man eh kaum denn mein internet ist weg also ja zink play kann mir immer noch spielen also ja und ich es geht mal bis zum netter außer ich finden dorf oder sowas ja weil ihr wisst ja wie das alles ins netter geht auch wenn ihr meine anteile noch nicht gesehen habt man sollte es trotzdem wissen wie minecraft funktioniert durchzuspielen schon koordinaten 99 schön platz oder wieso easy So, wir sehen. Oh yeah, my boy. Oh yeah. Diamonds. Ey, ich kann mir ein Diaschwert machen. Wie nice ist das, Devon? Jetzt habe ich... Jetzt habe ich zwar drei Schwerter. Aber was soll's. Haben wir auch gleich noch Rüstung. Was zur Hölle ist da los? Ich habe ein Mischwitz. Wie schön, Waren. Ich habe das Hund dran im프라er. Lass uns nun auch die Schwerter raus. Ich bin schrecklich. Ich habe das auch gerne in den Schwerter raus. Ich habe das Zock. Ich habe die Schwerter rausgebracht. Ein Full-Chained-Zombie, okay. Schießt doch so einen hässlichen Zombie ab, danke. Was ist denn das hier? Sag mal. Nein, falsch. Ja, das ist zu weit vorne, eins zu weit vorne. Da hin. Da hin. Äh. Da hin. Da hin. Ich muss mal lernen, wo das Wasser hin soll. Da hin. Okay. Ja, komm. Pfff. I am... In the nether, in the nether. Mit meinem Hasbium. Ich nehm gerne Warped Forest, ne? Aber kein Crimson. Da ist ne Festung. Ich hab endlich... Ich hab ne Festung. Ich hab ne Festung neben den Spawn. Neben Spawn. Ist ne Festung des... Ich glaub's nicht. Ich glaub es einfach nicht. Und jetzt das Portal. Ich komm mich da jetzt am besten runter mit nem Boot. Genau. Genau. Ist schön ne Festung gleich... Pfff. Ich... 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 Ich kotze gleich, Bruder. Ich kotze gleich. Ich mach das jetzt auch kaputt. Und find ich einen einzigen neuen Lavasee. Ich geh jetzt... Egal bei welchem Lavasee. Ich geh da rein. No way. 1, 2, 3, 4... Das ist... Das ist... Nein! Ich mach ja nicht passt die GHG nach mit seltene Dinge. Aber... 0,029% war das. Keine Ahnung. Ich... Ich... Das... Aufnahme läuft auch noch. Also... Nein... Hä? Wie? Danke. Junge, das ist doch... Ich sag euch, ich werd auch mal selten... ein seltenes Dingens machen. Nicht. 2.000 Jahre später. Ich level mal auf, du Kniggy. Ah... Jetzt hab ich sogar Rabatt. Und keine... Emmys mehr. Jetzt bitte kein... Emmys! Äh... Enderberlen. 1. 2. 2. 2. 2. 5. 5. 5. 2. 5. 7. 5. 1. 6. 7. 10. 9. 10. 9. 10. richtung ich hätte gedacht das ist wasser so jetzt bitte noch einmal benutzt werden können ich dachte mir ein pinkes schaf dann hätte der titel seltene dinge wirklich sinn gemacht darüber oder ich riskiere es noch mal nein jetzt müssen wir da und sie ist kaputt okay ich will einfach mal dass die zweite nicht auch noch kaputt geht ich bin halt immer so pingelig was angeht werde ich am geliebs noch mal werfen und sie geht nach da und bitte nicht kaputt und die ist kaputt gegangen auch nee oder nee ich habe nicht mehr genug ich habe jetzt noch fünf ich brauche jetzt eine brauche jetzt eine platte das ist die eine die mir vorhin gefehlt habe ich wusste ich sollte noch eine mitnehmen das war da 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 ah gold schön ah sag mal willst du mich verarschen Es ist immer noch die Festung Zuhause Nein Nein Wie viele gibt's von euch denn schon wieder Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ghast, Blazes, Widow Skeletons Und ein normales Skelett Ich kann mich nicht um so viele Mobs gleichzeitig kümmern Das Widow Skeleton ist ja anscheinend weg Ja, ich hab noch eine Damit wird's aber nicht getan sein mit der einen Ich bräuchte am besten noch eine Von der Kack, Blazes, da Die ist mit, die ist Wenn ich die ganze Zeit in Bewegung bleibe Verliebe ich zwar viel Essen Aber ich sterbe Wenig nicht Hm Außer ich spring direkt rein Was machst jetzt Was machst jetzt du da, Mann Ganz mies, ganz mies Nein, 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 nein Oh Mann, ihr Hurensöhne Och Mann Och Mann Och Mann, ey Ernsthaft? Hätte ich beim ersten Mal gewusst Dass ich zwei Ticks brauche, bis ich sterbe Hätte ich beim ersten Mal gewusst, dass ich zwei Ticks brauche, um zu sterben Dann hätte ich nochmal was gegessen und hätte es vielleicht geschafft Och Gott Es ist so ärgerlich Der sieht war So schön Ich hatte alles Ich hätte selbst die eine Blazerot gehabt Wieso bin ich nicht einfach gegangen? Na gut, ich hätte eh da unten durchgemustert Beim Widderskirchen vorbei Und Ach, das ist Ach Gott Komm, ey Ach Mann Kein Bock mehr Nein, bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao